Er glaubt, er kann fliegen, aber nur, wenn die Zeit reif ist. Er besitzt eine magische Bankkarte, die mit einem enormen Spesenkonto verbunden ist. Da er nur kleine Beträge abhebt, schlüpft er schon seit Monaten durch die Maschen. Er ist ein erfahrener Investor und setzt auf ein breit gefächertes Portfolio. Er lebt nach dem Prinzip, weniger ist mehr. Er hat es zu einiger Bekanntheit gebracht und seine Anhängerschaft wächst beständig. Er glaubt an die Kraft der Welt. Wenn du es dir vorstellen kannst, dann kannst du es auch schaffen. Ja, ich frage mich. Er war's für schlüpft. Untertitelung des ZDF, 2020